Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horizon Forbidden West. Hier gehen wir nach draußen. Wir müssen wieder los mit Aloy. Und ja, wie gesagt, wir gucken gleich mal, was wir so an Nebenquests noch haben. Und schauen wir mal, was wir noch machen müssen. Am besten erst mal wieder ein paar... Am besten erst mal wieder ein paar Nebenquests machen. Würde ich schon mal sagen. So, gucken wir noch mal. Quests, ist wieder alles freigeschaltet? Ja, perfekt. So, Nebenquests. Blut für Blut haben wir da. Die Wunde im Sand. Versungene Hoffnung, Verlangen nach Wissen. Zweite Strophe ist 25. Wir werden 29. Das würde passen. Aufträge, das Fortdauern ist sogar 32. Präzisionsfeil, Köcherstufe 3. Jägerfeil, Köcher, Rohstoffbeutel, Stachelholz da. Würde ich jetzt auch nicht so verkehrt finden. Die Arena. Okay, Öffnung der Arena. Ach ja, die Geschichte war das. Ja, alles klar. Rebellenlager, Rebellenaußenposten. Haben wir da noch welche offen gerade? Nee, haben wir nicht. Verlegte Ruinen haben wir auch alle durch bis jetzt. Langhälse. Da hätten wir noch die Stillsand. Das war der, der kaputt gewesen ist, ne? Brutstätten hätten wir jetzt auch noch eine über. Weinende Klippen hätten wir noch da. Level 22. Auch nochmal ein bisschen gucken. Flugschreiber, Überwachungsdrohnenmodule. Da würde ich, das würde mich auch mal interessieren. Beschaffe die Überwachungsdrohnenmodule. Flugschreiber. Verbinde die Überwachungsdrohnenmodule in der Basis wieder. Ich würde mir das ganz gerne mal angucken. Überwachungsdrohnenmodule, wie das aussieht. Beschaffe die Überwachungsdrohnenmodule. Verbinde die Überwachungsdrohnenmodule in der Basis. Wo müssen wir dafür denn hin? Äh, 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 Stromdrohnenmodule. Stillsande. Hier bin ich wirklich angezeigt, ne? Oder? Haben wir da einen Rückenstoßzähne? Äh, äh, äh. Äh, äh, ich weiß nicht, wie die Symbole dafür aussehen. Das ist das Problem. Feuerglimmer. Da könnte man nochmal reinschauen. Ähm. Das ist auch nochmal Feuerglimmer. Das ist auch Feuerglimmer. Das müsste uns vielleicht auch alles nochmal angucken. Hier den ganzen Kram. Ich glaube, ich sehe hier gerade keine, keine Drohnen. Vollrückenposition. Decker. Poseidon-Koordinaten. Stillsande. Ja, wir machen jetzt mal eins nach dem anderen, ne? Würde ich sagen. Weine Klippen, Rennbahn. Präzisionsfeil, Mond, Fisch, Haut. Alles klar. Präzisionsfeilkücher. Ja, okay. Dann, ähm, bringt das ja auch erstmal nichts. Äh, Quests. Das bringt auch erstmal nichts. Das ist doof. Ja, Gebiete. Kettenkratz. Nahkampfplätze. Ähm. Relikte aus Ruinen. Finale Ornament. Haben wir ja. Stufe 1. Ähm. Sonst machen wir jetzt mal die auf. Zwei. Eröffnung Arena. Begib dich zur Rollrückenposition. Ah. Ja, gut. Müssen wir gucken. Also. Ich würde sagen, wir speichern es mal. Ich sehe dich, Streiterin. Bitte. Oh. Dann quatschen wir nochmal ein bisschen. Eine Oseram-Karawane hat sich südlich von hier in den Stillsanden niedergelassen. Wir haben sie toleriert. Aber ihr Anführer ist gierig. Wenn er sich etwas leistet, haben die kein Lager mehr. Klingt gerecht. Schwarz zahlen. Neue Nebenquest. Die Oseram gehen da draußen ein ziemliches Risiko ein. Ich sollte mit ihnen sprechen. Herausfinden, was sie dort treiben. So. Waffen. Eissturm-Bolzenschießer. Wollen wir den sonst mitnehmen? Was macht der? Der macht halt Eis. Und den ganzen Geld. Boah, okay. Der ist gar nicht so schlecht. Den kaufen wir mal. Und ausrüsten aber noch nicht. Gekauft haben wir ihn aber schon. Ja. Outfits. Außer Rahmens schlechteren. Ja. 25, 34, 22. Die ist gar nicht so schlecht, die Rüstung. Die ist gar nicht so schlecht, die Rüstung. Over-Roll-Rücken-Zirkulator. Oh, was ist das denn? Warte, Outfits. Was ist das am Wanderen? Achso, die hatten wir auch noch nicht. Ja. Aber die ist sehr selten. Das ist vielleicht schon gar nicht so verkehrt. Die hätte ich schon ganz gerne. So. Zwei Kilometer müssen wir latschen. Feuer Dornrücken-Area. Sammle Dornrücken-Stoßzähne. Dornrücken. Dornrücken. Ne, warte mal. Ich will mal kurz was gucken. Dornrücken. Dornrücken. Schleifscheiben-Stoßzähne. Das brauchen wir. Ja. Nehmen wir vielleicht mal die Spreng-Präzisions-Pfeile. Mist. Nee, 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 nee. Warte doch mal, warte doch mal. Warte doch mal, warte doch mal. Oh, ich bin auch so. Mal die andere Waffe. Ruhi. Nein. Wo bist du jetzt wieder hin? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ruhig, 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 ruhig. Ah, Mist. Wo bist du? Wie ist denn das? Ist nicht mumm, du Vieh. Oh, siehste, geht doch nicht. Allerdings. Öffnung der Arena, begib dich zur Rollrückenposition. Ne, will ich ja gar nicht. Voll begeistert, die Aloy. So, Arena-Position. Warum denn Arena-Position? Was soll ich denn bei der Arena? Öffnung der Arena, begib dich zur Rollrückenposition. Nein, will ich gar nicht. Was soll ich da? Tests. Was hatten wir jetzt gerade markiert? Ja, nicht das, was ich eigentlich hole. Das mit dem Rollrücken, das war doch für... Ey, was war denn das jetzt für eine Mission? Schwarze Zahlen. Erste Flugaufgaben. Ratschlandüberbrückung. Ratschlandüberbrückung. Heitschlundzahn. Stachelholzer, gehe zur Werkbank. Ratschlandüberbrückung. Mal zu zahlen. Was haben wir im Karawane? Sonst können wir das ja mal machen. Höre dich in Gerüchten ver... Okay, sonst können wir das mal machen hier. Das wäre jetzt mal, wie wir mal so die ganzen Nebenmissionen erst mal wieder wegkriegen. Das wäre die Hauptmission. So, nee, das machen wir erst mal nicht. Wir machen erst mal die Geschichten hier. Machen wir erst mal das. Auf der anderen Seite, wa? Aber manchmal, dieses Zielfällungssystem ist auch manchmal ein bisschen schwierig. So. Müssen wir wieder da lang. Ja, genau. Und das sind garantiert, äh, Pflanzen von den Sines garantiert. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Das ist vielleicht genau von denen, komm von den Heinis. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Ah, Mist. Da habe ich mir zu lange gewartet. Ah. Ah. Boah, 800 Meter. Dann latschen wir mal eben hin. Das ist doch ein ganzes Stückchen, was wir da latschen müssen, wa? Oh, ja. Das ist noch eine andere Mission? Schwarze Zahlen? Nee. Na, ist egal. Oder wir mobsen uns gleich mal. Können wir nicht brauchen? Krötenhechse. Dann überlegen wir euch mal gleich mal eine kleine Maschine hier. Über Brücke. Ah, die hat, sie ist schon, ah, die ist schon skeptisch. Okay, dann lassen wir es. Dann ist natürlich auch genau in den Blickbereich reingelaufen. Ach, ist das so? Um ständigen Sprinten wahrscheinlich. Sie wird doch so langsam alt. Ah, Mist. Hätte ja passen können. Stachelschnauze? Was bist du denn für ein Viech? Was bist du denn für ein Viech? gehen wir tun? Können wir uns? und da haben wir schon der wusste auch nicht richtig was er machen soll ja dürfen wir hier ich glaube jetzt kümmern wenn wir solche irgendwie in rote säure wäre also auch noch so viel mehrere von den vier ich habe mir gedacht und hinüber noch einen blick warten bis ich wieder alles verflüchtigt hat alles gemacht ansonsten sind das glaube ich keine keine fiesen kreaturen wohl wahr was man nicht alles tut für teile vorsichtig sein ich glaube dass irgendwie säure oder irgendwas rotes unangenehm ist auf jeden fall ein paar spulen ist auf jeden fall nett läuft denn da vorne ach so was läuft denn da vorne ist einfach irgendwas was noch weggerollt alles klar ich würde schon sagen was denn das sind hier wieder wieder wachen sind das ich brauche mal Scharfschussbogen Mist Mist. Ja. Haben wir hier runter geballert? Na komm, wo bist du? War das nicht gut? Wo bist du? Boah, gemein. Nichts für Regala. Au. Und weg. Stufe 30 erreicht, sehr gut. So, einer muss aber noch rumkrebeln. Oder auch nicht. Stufe 30 erreicht, geil. Sehr schön. Also die anderen können wir, glaube ich, in Ruhe lassen. Wir haben ja die Viecher getötet. Also die Soldaten. Also von daher passt das. Wir müssen aber auch in die Gegend da. Scheiße, okay. Nehmen wir sonst mal einen kleinen Umweg. Okay. Hauptsache wir haben die Rebellen gekillt. Das ist mal das Wichtigste. Alles andere interessiert mich jetzt mal nicht. La 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 la. Huch. Pass. Passon. Bei Geierkrams brauchen wir, glaube ich, auch nochmal irgendwie. Hatte ich irgendwo gesehen. Dann nehmen wir das auch mal Gau mit. Geierfleisch, Geierfäden und Geier alles. Und von den Schweinen bräuchten wir auch, glaube ich, noch ein paar Häute. Ja, grundsätzlich braucht man von jedem Tier tausend Sachen. Ich weiß nicht. Wir machen so unser eigenes Terraforming. Erstmal alles an und Wildchen erstmal wegpumpen. Ah, schon ein bekanntes Gebiet. Hier waren wir noch nicht, ne? Das Osaram-Lager, das Talana und ich gesucht haben, müsste hier irgendwo sein. Ja, 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 ja. Ja, das... Das ist richtig. Schauen wir uns das machen. Das sollte das Osaram-Lager sein, von dem Tenap-Gerücht. Ich sollte mit dem Anführer sprechen. Ja, sollen wir machen, Eloi. Warum sollten wir eigentlich in die Richtung latschen, wenn das Feuer da ist? Oh, alles nette Leute. Okay, alles klar. Und das sogar in dem Quest. Das war ja wieder klar. Doch, ist sie. Hallo. Tja. Das ist sicher. Bis mich ein paar grau habe ich da angriffen. Ah. Jetzt ist sie in der Wildnis. Ganz allein. Wer weiß, was sie da draußen alles töten könnte. Jemand ist weggerannt? Ihren Namen weiß ich nicht. War sehr still. Weiß nicht, ob sie schüchtern oder verängstigt war. Sie wollte nur nicht, dass man ihren Sachen zu nahe kommt. Das ist sicher. Ich war nur neugierig. Mehr nicht. Sie hätte mich nicht schlagen müssen. Dein Glaskin ist nicht das Problem, Mann. Das Mädchen ist das. Ganz allein im Busch. Und das ist Tennat-Gebiet. Wohin ist sie gegangen? Westlich den Hügel rauf. Finde sie, wenn du kannst. Ja, klar. Mach ich. Geht doch klar. Pass auf. Sie ist echt unentspannt. Ja, das bin ich auch. Signalsuche. Das Signal muss ganz nah sein. Ja, das Signal. Gucken wir gleich mal. Können wir mit dir quatschen? Rüchte anhören. Du solltest nicht so tief in die Wüste gehen. Besonders nicht nach Südwesten. Einer unserer Späher hat dort echt fiese T-Nackt gesehen. Diejenigen, die Maschinen zähmen. Oh. Er hat gerade so überlebt. Na. Danke fürs Bescheid sagen. Das würden wir auf die Probe stellen. Neue Rebellenlager. Sehr gut. Sie sind wohl so freundlich wie eh und je. Ich frag mich, was sie so weit in der Wüste machen. Na, Jungs, Mädels. Ich nehm mal eure Kisten mit, wenn's recht ist. Braucht ihr eh nicht mehr. So. Vorrat öffnen. Und einmal die Vorräte auffüllen. Und mal speichern. Sehr gut. Und du bist die Mission hier. Wer bist du denn? Mit Porrguv. Hast du dich verlaufen? Stahl und Funke. Wenn du nicht die Nadel im Heuhaufen bist. Wie bitte? Heiliger Hammer. Ich kenne dich. Du bist die Senora. Haha. Die Retterin. Meine Retterin. Genau zur rechten Zeit. Ich bin Porrguv Stöbermann. Chefstöberer und Leiter von Porrguvs Expeditionen und Lieferant feinster Stöberwaren. Und wovor rette ich dich genau? Tod und Verzweiflung, meine Stahlflammenfreundin. Diese großartige Expedition hier erlitt einen kleinen Rückschlag. Nicht weit von hier ist ein geheimer Tunnel. Ein Durchgang der Alten. Verloren und wiedergefunden. Ich und die Hälfte des Trupps gingen voran. Die andere Hälfte sollte unmittelbar danach kommen. Tage später kam nur ein einziger Mann. Zitternd wie ein Frosch im Eiswasser. Er sagte uns nur, dass Tod und Dunkelheit sie verfolgten, als der Tunnel einstürzte. Er starb mit schreckensweiten Augen. Ich war auf der Ostseite des Tunnels. Der Weg war von Geröll blockiert. Da lag auch ein Toter. Einer deiner Stöberer, schätze ich. Aber keine Spur vom Rest des Trupps. Könntest du bitte leise reden? Der Rest des Trupps hat schon Angst. Sie weigern sich weiter zu stöbern, bis sie einen Weg hier herausgefunden haben. Du hast den halben Trupp verloren und sorgst dich um die Grabung. Ihr Opfer muss sich doch auch gelohnt haben, oder? Außerdem, jetzt da du da bist, sind unsere Tage als Gestrandete vielleicht gezählt. Hilf mir, den Tunnel wieder zu öffnen und ich beteilige dich am Gewinn. Wie findest du das? Ist ein Karja mit deiner Expedition gereist? Ein Mann namens Amadis? Wir gabeln unterwegs immer ein paar Reisende auf. Ein Karja hier, ein Banuk da. Ich merke mir nie die Namen. Die sind nie lang dabei. Einer meiner Speer könnte es wissen. Er lernt immer gern neue Leute kennen. Er ist da drüben und spricht mit dieser Karja-Jägerin. Ich weiß gar nicht mehr, seit wann sie bei uns ist. Danke. Ja, wir kennen sie schon. Dieses Lager. Ist das Lager eure Operationsbasis? Welche Operationen? Der Plan war, weiter nach Süden zu gehen, wenn der Rest der Expedition eintrifft. Die Grabung ist direkt hinter den Dünen. Doch jetzt rührt sich der Trupp erst wieder, wenn das Tunnelproblem gelöst ist. Sie gaben dem Ort sogar einen Namen. Lager nirgendwo. Die machen sich wohl über mich lustig. Ja. Das glaub ich auch. Woher weißt du von diesem Geheimtunnel? Die Kunst des Stöberns natürlich. Ein Stöberer ist nur so gut wie sein Gespür für gute Orte. Okay, na gut. Drei Oseram kennen angeblich einen Weg um die blutrunzigen Tenak-Therom. Zu unberührten Grabungsorten im Westen. Dann könnte ich jemanden eingestellt haben, der was vom Finden und Verfolgen versteht. Ein Spion? Hör zu, wenn die Gerüchte stimmen, gibt es genug Grabungsorte für ein Dutzend Trupps. Aber jemand muss den ersten Schritt wagen. Ein Basislager, eine zuverlässige Versorgungsroute, den Ort gegen Maschinen bewachen. Ich schätze, die Oseram würden aus Sand viele Scherben machen. Ganz genau. Was weißt du über das Gebiet? Tja, nördlich von hier leben die bösartigen Tenak. Angeblich trinken sie Blut statt Wasser. So überleben sie in diesem Ödland. Im Süden, da gibt's alles. Tod, Wüste und die Grabung. Stell dir einfach ein riesiges Grab der Alten vor. Verbogene Metallruinen verborgen im Sand. Bewacht von Maschinen. So bösartig, dass du dir wünschst, dass sich ein paar Grauhabbichte auf dich stürzen. Nicht einmal die Tenak wagen sich tief in die Ruinen. Wir die mutigsten Entdecker gehen da hinein. Ja. Wie, du selbst? Natürlich. Irgendwann. Na. Mal sehen, was ich tun kann für den Tunnel. Haha. Meine Retterin. Für die Leute, die hier eingesperrt sind. Nicht deine Grabung. Ist doch das Gleiche. Ist er das, da drüben? Das ist er. Oh, wenn du schon dort bist, könntest du nach meiner Kassette suchen? Der zweite Trupp sollte den Rest der Vorräte und des Gepäcks mitbringen. Ich würde sie nur ungern verlieren. Meine Mutter hat sie handgeschnitzt. Ich bringe sie mit, wenn ich sie finde. Ich danke dir. Viel Glück, Stahlflamme. Hm. Hm. Tut mir leid. Okay. Begib dich zum Tunnel. Das wollten wir ja eigentlich machen. Das ist er hier, ne? Begib dich zum Tunnel. Machen wir die? Ich weiß nicht, welche, welche... Die schwarzen Zahlen 18. Signalsuche. Ja, machen wir das sonst mal. 300 Meter in Entfernung machen wir danach Signalsuche. Machen wir jetzt mal die schwarzen Zahlen. Und das ist gut. Bist du das, was jetzt reden wir mit Raghurt? Ach, machen wir es mal. Gut, dass du es geschafft hast. Dank des Geheimgangs durch deine Basis. War ein toller Anblick. Ein Geheimgang? Lasst es nicht die anderen hören. Sonst rennen euch eine Menge aus Saram die Türen ein. Und du bist? Das ist Ragut. Er ist Späher der Karawane. Er sagt, Amadis war hier. Er stieß zur Expedition unmittelbar, bevor wir durch den Tunnel gingen. Nach dem Aufschlagen des Lagers brach ich zu Erkundungen auf. Ich bot den Tenakt Friedensgeschenke an, weil wir in ihr Gebiet eingedrungen waren. Amadis wollte, dass ich nach einem Ort namens Feuernis frage. Was hast du rausgefunden? Nur, dass die Tenakt ihre Gefangenen dorthin bringen. Weit im Westen, in der Nähe von Dornmarsch. Der Hauptstadt des Tieflandclans. Kurz darauf brach er auf, um es zu suchen. Ganz allein? Ich habe ihn gewarnt, aber er war fest entschlossen. Was geschah, als ihr den Tunnel passiert habt? Gar nichts. Wir haben uns dafür in zwei Gruppen aufgeteilt. Alle hier waren Teil der ersten Gruppe. Abgesehen von ein paar stockdunklen Passagen war alles ruhig. Was auch immer die zweite Gruppe angriff. Verschonte uns, Stahlfunke sei Dank. Ich seh mir das mal an. Ich danke dir. Viele von uns wollen wissen, was da drin passiert ist. Hat Amadis gesagt, wieso er unterwegs zur Fäulnis ist? Leider nicht. Er war ein Mann weniger Worte. Klingt ganz nach ihm. Meinst du, es ging ihm gut? Mehr oder weniger. Er schien bewegt, als wir erfuhren, dass der Tunnel hinter uns eingestürzt war. Aber das waren eigentlich alle hier. Du bist also der Speer hier. Muss ich etwas über das Gebiet wissen? Wo soll ich anfangen? Unten im Süden versucht ein Osseran-Trio in den Ruinen im Sand zu stöbern. Noch mehr von euch? Das sind die, denen wir hier herausgefolgt sind. Und dann sind er noch all die anderen, die abgehauen sind, als wir auf dieser Tunnelseite rauskamen. Plünderer, Entdecker, aller Arten mutiger Abenteurer. Wie viele wart ihr denn ursprünglich? Genug, um den Überblick zu verlieren. Vor einer Weile habe ich auch ein paar Rebellen entdeckt. Wie es scheint, patrouillieren sie in der Wüste. Ich habe alles über die Rebellion der Tenagd oben in Brennsperr gehört. Das ist die Hauptstadt des Wüstenclans. Im Norden. Klingt, als hättest du die Gegend gut kennengelernt. Ist mein Auftrag. Okay. Zur Freundes. Danke, Ragut. Sehr hilfreich. Ich hoffe, ihr findet ihn. Okay, ich gehe nach Dornmarsch. Triff mich dort. Moment. Was? Um diesen Kerl zu finden, bist du bereit, das Tenagd-Gebiet zu durchqueren. Ohne zu zögern. Na klar. Er ist allein im verbotenen Westen. Ich bin besorgt um ihn. Ich glaube, es ist mehr als das. Wir treffen uns bei der Tieflandhauptstadt. Aber dann sagst du mir, wer Amadis wirklich ist. Gut. Ich tauche unter, nördlich des Dorfs. Ist mein Verlob da? Ich bin schwanger von ihm im zwölften Monat. Hm? Nee, okay. Ähm, gut. Karte. Der Durchbruch. Begib dich zum Tunnel. Genau. Da düdeln wir jetzt mal als nächstes hin. Was ist das jetzt? Still sein. Begib dich zum langen Hals. Wo war das mit dem Signal? Das ist hier auch irgendwo da näher? Oder ist das Signalsuche? Das ist noch ein bisschen weiter außerhalb. Ja, ich würde sagen, wir machen erst mal das mit dem Tunnel. Vielleicht gehen wir da nochmal bei. Also ich meine, insofern ist es ja egal. Ach du nein. Irgendbekanntes Schlengelzahnareal. Oh, bitte nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Bekannte Außenposten. Hm. Ja, gut. Ja, gut. Okay, wie gesagt, wir gehen erst mal da hin. Das würde ich auch mal probieren. Wir gehen erst mal da hin. Gucken uns den Tunnel an. Dann schauen wir weiter. Ach, wir haben schon wieder elf Fähigkeitspunkte. Das müssen wir auch mal wieder ausgeben. Ein bekanntes Lagerfeuer. Dann laufen wir genau in die falsche Richtung. Nee, das machen wir später. Genau in die falsche Richtung. Nein, nein, das machen wir nicht. Gut, gehen wir erst mal weiter. Okay. Nur Fleisch. Ja, ist doch gut. Mach mal Licht an. Oh, Guss. Licht. Nee, aber hier ist dieses... Ja. Ich höre da schon was hinter den Mauern. Irgendwas hat uns auch schon wieder wahrgenommen. Irgendwas hat uns gerade schon wieder wahrgenommen. Sonst wäre das Fragezeichen nicht da. Oh. Hallo? Hier ist mir Luna. Ach so, da liegt ja jemand. Also bist du echt. Passt drauf getreten. Ich dachte, ich träume. Was ist passiert? Ein Schrecken im Dunkeln. Die Welt erschauderte. Eine Maschine? Ich hab's nicht gesehen. Die Karavane. Wir rannten alle. Alles stürzte ein. Krabbelte hierher. Konnte nicht entkommen. Kam jemand raus. Und fand die erste Karavane. Ja. Das hat jemand. Gott. Wenigstens... ... bin ich nicht allein. Jetzt nicht sterben. Sonst gibt's Haue. Oder? Noch gestorben. Nein. Ja. Doch gestorben. Er hat wohl etwas Großes den vermissten Trupp angegriffen. Ja. Ich beeil mich lieber. Ja, ich hab aber schon irgendwas gehört da. Das hörte sich nicht klein an. Aber erst mal sammeln. Tresor, Mutter, du kommst sofort hierher. Josch, Josch, ich musst du erst zum Safe. Josch, nein! Wir brauchen diese Vorräte. Äh, ist ganz in der Nähe. Lass es! Ich kann den Tunnel wie meine Westentasche machen. Ich arbeite hier. Ich habe genug Zeit. Ich glaube nicht... Ich glaube nicht... Alter Motorraum. Aufbrechen. Nein, aufbrechen, ey, Leute. Nein, nicht... Nein, aufbrechen. So, jetzt. So, jetzt. Ähm. Ach so. Ach so, hier können wir auch nicht mehr aufbrechen. Alter Motorraum. Panzer. Ja. Wir werden gleich... Nee. Mir tatsächlich auch eine Yayloi. Aber das gibt, glaube ich, gleich einen kleinen Fight. Ich hansche das Auge. Nicht, dass das wieder so eine Riesenschlange ist. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Und viele Viecher. Aufspürer. Stachelschnauze. Okay, die kriegen wir relativ leicht. Okay. Mhm. Stark gegen Feuer. Feuer und... Damit können wir die also nicht... ...betüdeln. Oh. Äh. Komm ich hier raus? Ach so, ich hätte mal den... ...den Feuer gebraucht, ne? Den, den... Äh... Vielleicht sollten wir die mal nutzen. Aber die sind stark gegen Feuer. Das bringt dir wahrscheinlich auch nicht so viel. Ähm... Kann ich mein Inventar ändern? Waffen. Wir brauchen ein Feuer. Schmiedefeuer. Stolperfall. Ach nee, das nicht. Gigabogen. Hartgewebe Schaffschuss. Durchdringender. Den brauchen wir eigentlich. Den müssen wir da haben. Schmiedefeuer. 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 Okay, 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 ist ja gut, ist ja gut. Ist. Oh, das ist ein Einer Moin. Oh, ein Maschinenkel. Was? Komm, lass den. Autsi. Nein. Oh, ein Kill. Mal die ganzen kleinen Fragles jetzt mal weghauen. So, äh. Moin. So. Gute Nacht. Okay. Oh, oh, das war knapp. Warte mal, ich geh jetzt mal hier oben hin. Puh. Da war der. Jetzt. Hast du so gedacht? Jetzt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin. Hast du so gedacht? Oh, jetzt haben wir es fast. Oh, ich habe dich gleich, du Vieh. Oh, das soll es gewesen sein, oder? Diese Oseram. Sie sagte, eine Art Schatten hätte sie angegriffen. Ich glaube, die Gräber waren es nicht. So. Erstmal sammeln. Oh, der ist voll hier, ey. Die behalte ich als Vorrat. Ja, ja, ja. Was es hier alles zu sammeln gibt, na, Wahnsinn. Brauchst ja so schon eine halbe Stunde, um alles hier einzusammeln. Da muss auch noch was. Vielleicht findet mein Fokus etwas, das ich übersehen habe. Ja, garantiert. Machen wir gleich, Elo. Geh gleich los. War eins nach dem anderen. Oh, da liegt auch noch was. Erstmal alles einsammeln. Erstmal alles einsammeln. Mal das wichtigen Kram. Dann gucken wir gleich. So, jetzt fokussieren wir mal ein bisschen. So. Ja. Lass mal noch gucken. Da ist auch noch was. Da ist noch was. Da ist noch was. Da ist noch was. So. Jetzt können wir oben mal gucken. Jetzt haben wir, glaube ich, tatsächlich alles eingesammelt. Zum Glück sind die Taschen nicht mehr groß genug. So, Zugwerfer, genau. So. Mein Gott. Elo hat aber auch Kräfte, doch. Das ist noch was. Der Mann. Und er suche den Tunnel Oh fuck Ja, klingt so, als wenn wir da hinten lieber gucken sollten Das ist schon sehr ungeil Das klang sehr groß, sehr unangenehm Bist du sicher, Eloy, dass wir da reingehen sollen? Nicht, dass uns hier noch irgendwelche Steine auffallen Ähm Hallo? Lass wieder irgendein Signal da hin Au Alter, das geht mal gut jetzt Ey, wie komm ich da nebenbei? Ist ja alles voll Ich komm nicht so wirklich Uh, den hat ihn mal richtig gerade getroffen So, komm mal hierher Mist Ich hätte ihn gerade richtig hart getroffen Ah, wenn ich demnächst mal dazukommen würde, die zu setzen Eloy, komm Lauf, Eloy Lauf Boah, ey Geh mal nicht auf den Sender, du Vieh Alter Oh, Alter Oh, Alter Oh, da hatten wir wirklich Glück Ey, da bin ich ja überhaupt nicht weggekommen Bei diesem Miss Vieh Aber diese Löschwasserbomben, die haben ihm richtig zugesetzt Wegen ist das Boah Ähm, ich würde dich ganz gerne Die darf ich auch durch Die darf ich durchlooten, genau Durchloote dich mal Bleib einfach liegen Ist gesünder für dich Alter Das ging ja gar nicht Und ich habe keine Sekunde Zeit gehabt Zum Glück habe ich jetzt einfach mal diese Löschwasserbomben einfach mal genutzt Einfach mal so Einfach aus dem Bauch heraus Ohne es ist jetzt groß abzustimmen Das war aber genau richtig Weil mit zwei Bomben und dann war das Vieh weg Drecksvieh Ich hätte mal hier oben hinspringen sollen Da hätten wir vielleicht Ein bisschen bessere Chancen gehabt Aber das habe ich dann auch nicht gesehen Ich habe ja nach so einer Nach so einem Ähm, nach so einem Portal Ähm, Portal sei schon Nach so einer Plattform gesucht Aber ich habe ja wieder nichts gesehen So, da gehen wir gucken Auf den Wagen müssen die Vorräte sein Die der zweite Trupp bringen sollte Jopp Horghoff meinte, seine Kassette müsste darunter sein Jopp Erstmal gucken wir hier Oh, guck mal, das ist noch was So, was haben wir da? Eine Schriftrolle Schriftrolle Nicht jedermanns Sache Schriftrolle Ein Brief in groben, aber lesbaren Glyphen verfasst Hey Cousin, ich habe über deine Entscheidung nachgedacht Nicht mit in die Wüste zu kommen Ich Ich wollte dir nur sagen Ich verstehe es Nicht jeder außer Rahmen ist ein geborener Stöberer Und wenigstens hast du es von vornherein gesagt Ich erzähle dir mal eine Geschichte Letztes Jahr hat sich Mein Trupp in Fahrlicht versammelt Für unseren ersten Beutezug ins Niemandsland Da kam dieser Einzige Äh, dieser Einzige Dieser einzelne Kaja an Total rausgeputzt Großspurig Und er hat mit tollen Wörtern um sich geworfen Er wäre auf einem einsamen Unterfangen Die Kannibalen der Tenak-Torte zu erforschen Hat uns, äh, Stöberer angeguckt Als wären wir Abschaum Und tönte das Schmiedendreck Wäre, äh, wie wir bloß Was? Wie wir bloß nicht, äh, versuchen sollten Ein Abenteurer von makellosem Beruf zu verändern Äh, behindern Aber als er zu den Toren kam Ist die Luft aus seinen, äh, Belgen gewichs Gewichen? Gewichsen? Gewichsen? Ja, eben nicht Äh, gewichen Ähm, er hat angefangen Die Wachen auszufragen Wie es im Niemandsland wirklich ist Und hat einiges zu hören bekommen Plus ein paar Gerüchte Über die Schrecken der Clanlande Da war der alte Knacker Schon, äh, weiß wie Bierschaum Er jammerte über die Risiken Und wie wertvoll er sei Als größter Gelehrter des Landes Und Juwel des Sonnenreichs Hat sich wohl voll reingesteigert Als die Wachen angeboten haben Das Tor für ihn zu öffnen Hat er fast sein Frühstück Wieder ausgespuckt Und jaulte was von einem Schritt in den Westen bedeutet Mit einem Fuß im Grab zu stehen Irgendwann Hatte der Hauptmann genug Und schickte ihn nach Meridian zurück Und jetzt rate mal Wer das war Der weitgereiste Aram Der berüchtigte Entdecker, ja Also mach dir nichts draus Solange du ehrlich zu dir selber bist Kann dir niemand deine Entscheidung vorwerfen Und denk dran Du bist genauso weit gekommen Wie der Äh, doch nicht ganz so weit Gereiste Aram Äh, wir sehen uns Wenn ich von Pogufs Expedition zurück bin Achso, drüber aufbrechen Oh, da war ne Rüstung dran Aram Försterin Sehr cool Das gucken wir uns doch mal an Fertigkeiten Inventar Outfits Äh Sieht auch nicht schlecht aus, ne Karcherfeuer Ähm Das war Oseram Försterin Ach, guck mal Das ist die Waffe Äh, die Waffe sag ich schon Das ist die Rüstung Wollten wir uns Ne, so eine ähnliche Wollten wir uns kaufen Aber cool So haben wir da auch Ein bisschen was gefunden Schön Gucken wir nochmal Ja Da ist auch noch ein bisschen Gedönskram rum Halt ich überall so einen Scheiß Kühlsaft Es war wirklich nur Zufall Dass ich, dass ich die, äh Wurme eben so getötet habe Mit den, mit den zwei, drei Bomben Aber gut Nehm ich gerne an Da ist sie Ich sollte sie zu ihm bringen Ja, machen wir auch später Aber wir gucken nach oben nochmal Erstmal da oben gucken Und auch im Sand erschossen Und dahin ist auch noch ein bisschen Kühlsaft Okay Flugschreiber stand da gerade Oh Wieder zum Lesen Geil Die andere Seite Nachrichtenprotokoll Datenbestätigung minimal Josh Hey Mom Du hattest recht Ich bin nicht mal bis zum Safe gekommen Im Tunnel war totales Chaos Explosion und alles Das ganze Zeug wird mir also nichts nützen Falls das hier irgendjemand findet Nimm alles mit Der Türcode ist 2054 Ja siehste 2054 Stattdessen sitze ich hier mit zwei Familien fest Ich habe sie zum Schutz in den Wartungsraum gebracht Ein 6-Jähriger hat gerade Wesen Verweh Äh was Versehentlich Unter Wasser aus Was Hat gerade versehentlich unser Wasser ausgeschüttet Und mein Akku ist fast leer Kein Empfang Ich glaube nicht, dass uns jemand retten wird Ich hoffe, dir geht es besser als mir Ich Ja Hier waren sie Okay 2054 Ja sagt er 2054 2054 2054 2054 2054 5054 Person mit alten Stuff Gut, und wo kommen wir da raus? Können wir hier irgendwo gleich mal speichern Dann haben wir nämlich auch gleich das Campfire Für den Bei der Fälle Ich bin wohl wieder im Niemandsland Sollten wir da nicht auch hin? Ne, da haben wir so hin Aber da können wir gleich hinspringen Wenn wir nämlich das Campfire gleich haben Ach, da sind wir Okay Guck mal an Da können wir aber gleich hinspringen Wie gesagt Da ist ja eh Da ist ja eh ein Feuer Dann können wir gleich hinspringen Machen wir auch gleich Hier kann ich mich ungehinderter bewegen Ja, das ist richtig Aber erstmal speichern wir mal Gut Erstmal einmal manuell speichern Das bedeutet für euch natürlich Wir machen wieder ein kleines Päuschen Vielen lieben Dank, dass ihr reingeschaut habt Und ich porte mich dann gleich Zu der anderen Basis wieder zurück Und Ja, schauen wir mal Vielen lieben Dank fürs Zuschauen Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Horizon Forbidden West Wieder Macht es gut Bis dann Ich spring schon mal zurück